Herzlich Willkommen, hier ist der GTA News, ein Ladep... Boah, Sonny, nirg nicht... Ja, Sonny nervt, deswegen werde ich jetzt abspeichern, weil... Ansonsten wird Sonny immer wieder nerven und das... Ja, ist scheiße. Ja, also, es geht weiter mit Let's Play Guitar OST und... Nun, ich hab endlich die erste Mission von Resity Estate gemacht, von unserer Villa. Und... also Offscreen. Und das war... ja... Im Grunde genommen ein bisschen schwer, die Mission zu machen, aber... Ich hab trotzdem... Hingekriegt. So... äh... Ach ja, ich wollte die zweite Mission machen, ne? Ja. Wir machen jetzt die zweite Mission, damit ich euch dann... Später... die Wörter zeigen kann. Die zwei heben eure Hintern, ja... Ja, Tommy, also... Wenn du nicht in Vice City wärst... Ja... Wäre... Das nicht möglich. Ja... Schalt die Wachen aus... Die... Die Frontpage Bar beschützen... Und wenn heraus... Wer hinter ihnen steckt... Ich will nicht... Ich weiß schon... Wo Frontpage Bar ist. Nehm unseren alten Speicher-punkt... Ja, super, neben unserem alten Speicherpunkt, ist der wohl, also, ne, auch bei, scheiße, ja, der hat's geklemmt, jetzt geht's mit den Farben auch wieder, ja, mit meinen Farben jetzt muss ich nach, was daran ändern, also, in Getters Ringress fahr ich auch immer so, also, naja, selten fahr ich mit dem Auto, und, und ich fliege auch, jetzt, bitte Lenny, scheiße, begib dich zu Frontpage-Bar und sprich mit dem Besitzer, das machen wir auch. Die D-B-P-Security wird wissen, dass du kaum schnapp sie dir, eher die Abhauen. Ja, bisschen Qualen, ne, das ist ja wohl, was... Okay. Okay. It's right. Nee. Whoa. Okay. 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 auf mich zu spannen, ey, du. Ja, klasse. Sie hauen ab. Zwei sind abgehauen. Ja. Das weiß ich ja auch. Jetzt plötzlich hab ich... Schnell, da vorne sind auch schon die von... Ich hoffe, ich krieg's die. Ja. Ja, eine hab ich gekriegt. Noch eine. Du bleibst hier. 4.000, gut. Gut, 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 gut. Dann würde ich mal sagen... Wir gehen zurück zur Villa und ich speichere ab. Ach, nicht mal. Ich nehm mal ein Fachmann. Ja. Ja, ihr seht mich das erste Mal, wie ich mich schon wieder geschafft hab. also wieder das erste Mal. Ja. Ich weiß gar nicht, was mich nicht noch erfüllt hab. Das war knapp, ey. Das war echt knapp, ey. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich Ich weiß gar nicht mehr. Ja. So. Sprecherache ab... Hören wir gleich das Telefonat an, von Lenz. Was ist denn los mit dem Spiel, verdammt? Ja, genau. Ja, nimm doch ab. Lenz, ich fühle mich nicht an, von Lenz. Und mehr als das, du hast mich in front of den Boysen. Ich kann nicht das. Lenz, es ist nicht so, dass du hast. Du hast es. Tommy, ich bin nicht dein Message Boy. Ich bin nicht dein Runnin' Boy. Lenz, nicht so, und wir werden keine Probleme haben. Ich so, wenn du mir das nicht so, ist es. Tommy, ich habe alles für dich. Du tritt mich wie ein Foe, nicht so. Lenz, ich will nicht auf dich, oder auf dich, okay? Just take it easy. This is tough enough without you getting all emotional on me. Trust me. Do you hear me? Do you hear me? I hear you, Tommy. But I can't take this much more. Lenz, don't be like this. Now I'm warning you. Do you hear me? Just relax. Take a few days off. Okay? I'll talk to you. Ja, danke, dass ihr lange Zeit telefoniert habt. So, jetzt spreche ich ab. Ich habe keine Lust mehr, dann nachher hier ein Neues zu machen und danach das Telefonat zu hören. Ja, aber... Ja, also... Ja, also... Dann... Dann spreche ich das auch ab, damit ich von der Panzerung... Ja, dann beende ich euch mal die Aufnahmen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr einen Daumen nach oben reinpacken. Oder könnt mich abonnieren, falls ihr meine nächsten Let's Play Videos nicht verpassen wollt. Und... Ja... Dann sage ich mal... Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss und haut rein und ciao.